So ungefähr eine Million Menschen leiden deutschlandweit an einem erhöhten Augeninnendruck. Ebenso viele sind schätzungsweise ohne ihr Wissen an einem Glaukom erkrankt. Unbehandelt auf Dauer führt eine fortschreitende Erhöhung des Augeninnendrucks letztendlich zur Erblindung und eine der Quellen hier mal genannt. Die bei einem Glaukom-typischen Schäden am Auge können nur durch eine dauerhafte Augeninnendrucksenkung therapiert werden. Allerdings gelingt es dabei nicht, bereits entstandene Defekte am Sehnerv rückgängig zu machen. Studien zufolge senkt eine orale Gabe von THC in Dosen von 10 bis 20 Milligramm den Augeninnendruck um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent, gelegentlich sogar um bis zu 50. Leider kommt dieser Effekt nicht bei allen Patienten zum Tragen. Hier auch ein Link hierzu. Dieser Augeninnendrucksenkende Effekt wurde bereits im Jahr 1971 bei einer systematischen Erfassung von Cannabiswirkungen an gesunden Cannabiskonsumenten entdeckt. Hier der Link dazu. Die Doktoren Robert Heppler und Ira Frank aus Los Angeles hatten bei elf gesunden Personen nach dem Rauchen von Cannabis mit insgesamt 18 Milligramm THC festgestellt, dass der Druck im Auge eine Stunde nach der Inhalation um durchschnittlich 25 Prozent abgenommen hatte. Die Wirkung variierte allerdings sehr stark zwischen verschiedenen Teilnehmern. Zwei Teilnehmer reagierten kaum, während bei den übrigen Probanden eine Abnahme des Augeninnendrucks um 16 bis 45 Prozent gegenüber dem Ausgangswert festgestellt wurde. Hier auch der Quellenlink. Da die kaum psychoaktiven Cannabioide Cannabidiol und Cannabinol vermutlich ebenfalls Augeninnendrucksenkende Eigenschaften besitzt, können sie auch zur Behandlung von Glaukom eingesetzt werden. Hier ein Link oder hier der Link. Hier ein Link. Hier ein Link.